Andi, hast du manchmal Dejavüse? Murmeltiertag! Wirklich dort, wie oft hat er diesen Tag wiederholt? I got you, babe. Willst du hier kotzen oder im Auto? Irgendwie habe ich das Gefühl, das hatten wir schon mal. Ja, aber es ist der zweite Ohrwurm neben I got you, babe, in diesem Film. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Na, wo ist sie? Da! Ich dachte, geil, Wummel-Titag. Hast du auch manchmal Dejavü? Ich kann ja mal in der Küche nachgucken. Ja. 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 Ja.